Guten Abend, ihr erschaffen und willkommen zurück zu Let's Battle nach der letzten leicht fehlgeschlagenen Runde, diesmal mit meinem mittlerweile Lieblingspartner, dem Gamania Vectorian. So, schicken wir die mal außen rum auf der Map Mongolia, daher habe ich auch den Speer hier insoeben durch einen Schatz erhalten. Er spielt Indien, ich spiele wie immer die Osmanen. Ich lebe dieses Volk einfach. So eine Power, das glaubt man hier. Wenn man damit richtig umgehen weiß, wie man damit richtig umgehen weiß. Ach, keine Ahnung. Deutsch sprach, schwere Sprach. Obwohl, obwohl es mir im Normalfall nicht schwerfällt, aber naja. Kommen wir uns erstmal den Schatz. Diesmal merkwürdigerweise auch nicht mehr im Fenstermodus. Liegt wahrscheinlich darin, dass es nicht das normale Spiele und das Teil, äh... A, M, D etwas anderes macht, aber ich habe keine Ahnung davon. So, stehe sie tot. Ja, was lässt sich noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Sollte auf jeden Fall hier mal das gleich weiterentwickeln, einfach weil ich es kann, weil es es gerade anbietet. Sollte man auch schaffen, wo man 800 Nahrung haben. Beziehungsweise 900. Sollte auf jeden Fall. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Das erinnert, das möchte ich Ihnen immer sagen. Okay, okay. Okay, du musst meinen K normals will ich. Ja. Nein, ich vermischen einen Loraus Testament. Gut, evidence proviert. Nein, du bist in Guerobe. Nein, du bist ein Schatz. Nein, du hast in Guerobe nicht. Ich vermisper. Also, clean. Das ist Klima. Das steht im融ont TH龙ow conocerlad. Ich vermischen Stiches mal wieder rein. Nach einem einen von zwei Tiger, besonders im ersten Zeitalter, möchte ich mich nicht anlegen. Hier zum Beispiel auch noch ein Schatz. Angriffs-Schaden gegen Dorfwohner erhöht. Auch richtig, kann richtig böse sein. Er steh nicht ganz so richtig, was er mit meint. Hier hätte ich das vielleicht schon mal bauen können. Ich brauche unbedingt mehr Holz. Er wird sich wahrscheinlich hier irgendwo verstecken. Ja, wahrscheinlich hier ist das Dorfzentrum. Das hier sieht man's nicht. Genau den kleinen Kreis nicht erkundet, super. Länger als die Runde wird er definitiv nicht so weit! Dann ist das Spiel vorbei, wenn es so wie immer läuft. Ich bin grad ziemlich enthusiastisch drauf. Da wir die letzten, keine Ahnung, zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Von daher ist das schon schön. Ist noch ein? Schieben wir's auch gleich mal zum Eindermal an. Er mag vielleicht schneller geätscht sein, aber es wird ihm nichts nützen. So, er hat sich mit über den Geheil. Das heißt, wir können die 150 Münzen uns holen. Das ist sehr praktisch, denn die brauchen wir. Okay. Wir nehmen jetzt. Naja. Soll so sein. Boah. Wir müssen gleich mal ein Haus bauen. Du darfst aber trotzdem hier nochmal Holz fällen. Emrin? Er weg. Denn wir brauchen unbedingt auch noch diese beiden Upgrades hier. Da brauche ich mir erstmal das. Dass sie immer Siedler bauen können. Und dass sie sie schneller bekommen. Muss auch sein. Ist Pflicht. Das ist zwar nett. Als Inder ist er natürlich wahnsinnig schnell. Weil er sich fünf Sepoys schicken lassen kann. Zwei durch die das Elchen erhält. Und er nur noch fünf weitere ausbilden muss. Schuppdiwupp hast du schon zwölfe. Passt das also. Hier hätte ich das vielleicht auch mal jetzt bauen können. Der zuckt sich auch nicht weiter, dass er vielleicht irgendwas bauen kann. Oh, kriegst du mir wieder ein Dorf wohne damit, Junge. Oh, kriegst du mir wieder ein Dorf wohne damit, Junge. Hör dir nicht meine Bronzhaubitzen. Baut sofort er so mit dem Holz, das er hat. Oh, ja. Ich seh das. Ja. Hallo. Oh wow Die Siepois sind auch so überfeuert, ne? Powered ohne das Upgrades für die Ashigarus sind die Siepois immer noch stärker als diese. Das ist richtig heftig und da denkt man eigentlich, die Ashigarus sind die überpoweredsten. Mit dem Upgrade haben sie natürlich die Ashigarus einen Vorteil, besonders nachdem man dann geaget ist. Mit dem grünen Pavillon. Ja, ja, ja. Aber im Rush sind die Siepois eben richtig überpowered. Das hat schon seltsam Konsulat auf. Kann ich nicht gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen. Das ist schon weg. Ah! Dann brauche ich nicht so viele Halshacker. Ah, verdammt, schon wieder vergessen nachzubauen. Das ist die EX-15 Bronze-Upits und das werden wahrscheinlich so 30 Siepois sein. Das reicht. Ja, jetzt haben sie ihren Scheißwagen kaputt gemacht. Gut da wird auch rausgekommen! Komm! Das ist die Klauung achten. Ja! Ja! Ihr das ist keinowerkstum. Ja! Ja, das ist ein langes Mal! Es ist jetzt ja auch schon wieder laut. Ehh! Ja! Egal, passt. ich kümmere mich schon um meine sind sowieso stärker und ich habe mehr ich brauche schon welche nach? ja vorbildlich tja wir können dann hier noch so viel leben haben ne außenposten mein freund der tut nämlich weh das hört sich vielleicht nicht so an hoch der eskalatet quickly haha ich hätte jetzt nicht gedacht dass wir jetzt so spontan aufgeben oh der baut doch schon ein stall super aber allein hier durch das rote vor kommt man einfach so schwer durch das ist so heftig naja war eine kurze runde eine erfolgreiche wie immer dann würde ich sagen sehen wir uns also wie immer mit ihm dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann Leute hallrein und tschüss fern sch r r r r r